Moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung und zwar hier im Eurotrack Simulator 2. Schön Scania, super. Und Erasmussen auf Dänemark. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. So, dann gehen wir mal zum Mod-Händler. Zack, zack. Da steht das gute Stück. Blau-Weiß. Er wird in Dänemark, aber okay. 580. Sieht aber schick aus. So, können wir überhaupt was machen. Da können wir schon mal nix machen. Da können wir auch nix machen. Am Motor können wir auch nix machen. 560 Euro im V8. Da können wir, aber das bringt nix. Jacke wie Hose. Innenraum können wir auch nix machen. Alles da. Tablet. Ja, Kim. Was schick ist für dich hier? Was sehen wir in den Augen da? Eine Kaffeemaschine. Schöner Zeug. Das ist doch schon mal was für mich hier. So, Lackierung. Können wir auch nix machen. Da haben wir was. Was haben wir denn hier? Das ist Navi, ne? Lassen wir den mal dran. Okay. Was haben wir hier? Da haben wir noch was. Kann man jetzt schlicht sehen, ne? Ja. Da hängt jetzt irgendwas dran, aber ich weiß nicht was. Okay. So, Innenraum. Da haben wir einmal das. Oder das. Da tut sich auch nix. Linkrad. Können wir auch nicht. Oh, wir können eine Kaffeetasse hinstellen. Oh, das sieht aber blöd aus. Das sieht blöd aus. Äh. Können wir hier Kaffee? Nein, da kann man nur eine Kühlbox oder eine Tasche. Da können wir nochmal eine Tasche hinpacken. Okay. Das scheint irgendwie... Leuchtet keiner. Naja. Können wir nachher mal sehen. Da haben wir weiter keine Slots mehr. Okay. Kaffeemaschine Hamart. Das ist wichtig. Lenkkrad. Können wir auch nix machen. Ich hoffe, wie gesehen. Brauche ich aber nicht bestätigen, weil ich habe den schon draußen stehen. So. Mal gucken. Wollen wir mal schnell an hier. Tak. Fertig. Sehr schön. So. Da steht er. Fix und fertig. Hoha. Schreiben. Funktionieren. Funktionieren. Da geht der Blinge, ach doch da, da sieht man es, ok. Ja, das ist ja auch gut. Ja, da hat er wohl. Ja, das ist ja auch gut. 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 Ja. Ja. Ja, das ist ja auch gut. Ja. Dann sag ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem, wenn er haben möchte. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.